Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie Bilder verkleinern können. Da die Qualität der Fotos, die wir mit unseren Smartphones und Fotoapparaten machen, ständig besser wird, nimmt gleichzeitig auch die Bildgröße zu, was dann wieder beim Verwenden der Bilder im Internet oder auf Webseiten zu Problemen führen kann, da sie zu groß sind. Deshalb ist es oft notwendig, sie zu verkleinern. Hier eine kostenlose Möglichkeit, Bilder online zu bearbeiten mit dem Pixel Air Editor. Geben Sie im Adressfeld Ihres Browsers die Adresse pixelair.com-editor-ein. Schließen Sie das Auswahlfenster durch Klicken auf das Kreuz und wählen Sie im Menüpunkt Language die gewünschte Sprache aus. Das Auswahlfenster erscheint erneut, klicken Sie auf Bild vom Computer öffnen und wählen Sie das Bild auf Ihrem Computer aus. Die Bildgröße ändern Um die Bildgröße zu ändern, klicken Sie im Menü auf Bild und dann auf Bildgröße. Die aktuelle Größe wird in Pixel angegeben. Geben Sie im Feld Breite zum Beispiel 800 ein. Eine Bildbreite von 800 Pixel ist im Normalfall ausreichend. Mit der Option Proportionen beibehalten wird sichergestellt, dass das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe immer gleich bleibt. Wie Sie sehen, wurde die Bildhöhe automatisch angepasst. Klicken Sie auf OK. Das Bild hat nun eine Größe von 800 mal 600 Pixel. Um das geänderte Bild zu speichern, klicken Sie im Menü auf Datei und dann auf Speichern. Im sich öffnenden Dialogfenster können Sie den Namen der Bilddatei anpassen, das Format auswählen, wobei JPEG für Fotos empfohlen wird und die Qualität des JPEG auf mindestens 80 einstellen. Die Dateigröße des Bildes wird unten rechts angezeigt. Klicken Sie auf OK und speichern Sie das Bild auf Ihrem Computer ab. Schließen Sie das Bild im Editor, ohne es erneut zu speichern. Einen Bildausschnitt freistellen Wenn Sie nur einen Ausschnitt eines Bildes benötigen, zum Beispiel für das Profilfoto, laden Sie zunächst das Foto in den Pixel-R-Editor. Wählen Sie dann das Freistellen-Werkzeug in der Werkzeugleiste aus. Da das Profilbild eine Größe von 100 mal 100 Pixel haben soll, wählen Sie bei Constraint Output Size aus und geben Sie 100 bei Breite und Höhe ein. Klicken Sie in das Bild und ziehen Sie bei gedrückter Maustaste ein Rechteck auf. Nach Loslassen der Maustaste wird der gewählte Bereich in eine Markierung mit quadratischen Punkten an den Ecken umgewandelt, mit welchen Sie durch Ziehen die Größe des freizustellenden Bereichs nachbessern können. Der gesamte Bereich kann durch einfaches Ziehen verschoben werden. Sind Sie mit der Auswahl zufrieden, wird durch einen Doppelklick auf die Markierung oder durch Drücken der Eingabetaste der ausgewählte Bereich freigestellt. Das Bild hat nun eine Größe von 100 mal 100 Pixel. Um das geänderte Bild zu speichern, klicken Sie im Menü auf Datei und dann auf Speichern. Im sich öffnenden Dialogfenster können Sie den Namen der Bilddatei anpassen, das Format auswählen, wobei JPEG für Fotos empfohlen wird und die Qualität des JPEG auf mindestens 80 einstellen. Die Dateigröße des Bildes wird unten rechts angezeigt. Klicken Sie auf OK und speichern Sie das Bild auf Ihrem Computer ab. Um den Editor zu verlassen, klicken Sie auf Datei und dann Beenden oder schließen Sie einfach das Browserfenster. Viel Spaß beim Bilderverkleinern!